Es ist der dritte Tag der Berlinale und wir zeigen euch heute mal den Raum, in dem die ganzen Pressekonferenzen stattfinden. Hinter mir sitzen normalerweise Regisseure, Schauspieler und Produzenten aus der ganzen Welt und stellen ihre neuen Filme vor. Gerade eben saß auf dem Stuhl hinter mir Angelina Jolie und zwar für ihren neuen Film In the Land of Blood and Honey. Ihr erster eigener Film. Sie hat uns viel darüber verraten und die komplette Pressekonferenz könnt ihr natürlich bei uns sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mir gewünscht, dir vertrauen zu können. War das ein Fehler? Nein. Ich fürchte doch. Ich bin mir gewünscht, ich bin mir gewünscht, aber ich bin mir gewünscht, weil ich nicht vieles und vieles zu machen. Die Menschen sind oft nicht das, was man glaubt. Dann muss ich keine Angst mehr haben.